Da! Da, da, da! Geh runter! Sneak, 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 sneak! Guck geradeaus durch, geradeaus durch beim Berg! Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Minecraft mit dem LobdiePotato und Edeltopa! Hallo! Jetzt, übrigens, du meintest, ich hab in einer Folge Staffel gesagt. Ja. Das war...Fackel! Ja, ich boah nachher schnell die Kohle ab. Dann kann ich mir vielleicht auch mal wieder ein paar Fackeln machen. Das wäre nicht so schlecht, ne? Also die potenzielle Basis war das da. War das da? Sieht mal los. Okay, ich hab noch den Waypoint. Wo bist du? Da unten bist du. Was hast du nicht? Ich hatte keinen Inventarplatz mehr frei. Okay, kommst du? Na ja. Da hab ich Sticks oder so. Pass mal kurz auf mich auf. Mhm. Nein, ich hab natürlich... Ich hab nen Stick. Hier ist nen Stick. Ja, mit einem Stick kann ich echt viel anfangen. Achso. Das ist gut. Da kann ich sehr... Da kann ich sehr viele Fackeln draus machen auf jeden Fall. Warte hier. Bitteschön. In den Rosen sind jetzt die ganzen Fackeln. Naja, er sammelt ja eh nur die Fackeln. Aber ich muss mal kurz gucken, wo die Koordinaten waren. Wo die denn? Die Koordinaten waren 877... äh... 13... Wir müssen in die Richtung. Kommst du? Ja, ich such grad die Fackeln, Alter. Bin ich jetzt blind? Hä? Alex. Scheiß drauf, wozu brauchst du denn jetzt Fackeln? Ja, falls wir wieder in die Höhle gehen, Digga. Ja. Ich hab genug Packeln. Ich hab noch 20 Fackeln. Hast noch genug Packeln. Jaja, ich hab genug Kacke. Jaja, du kannst gleich ein paar rein in die Cache, Alter. So sieht's nämlich aus. Man tut's lächle ein bisschen. 877 und 13 müssen wir hin. Oder minus 877. Ich glaub das ist minus 877. Das ist minus 877, toll. Gut. Also immer schön aufpassen. Äh... Dann müssen wir in die Richtung. Und der Fix. Ich wollt grad Janik sagen. Dass Domse und Fix wieder aus dem Neto zurück sind. Und jetzt wieder auf uns ran, ey. Dahin müssen wir. Nee. Warte, nach Westen müssen wir. So. Jetzt das die richtige Richtung. Oh, jetzt wird's wieder dunkel. Und wie gehen wir dann bald? Das ist ja ein sehr gutes Zeichen. Ja, das ist wieder eine schöne Füller-Folge. Penis, Vagina. Füller-Folge? Nein, ist es nicht. War doch kein Füller. Aber es war witzig. Also ich fand's witzig. Also ich fand's richtig witzig. Ja. Nur du hast nicht so geschnitten, wie wir's ausgemacht haben. Ja, okay. Das hab ich nicht gemacht. Aber ich fand das irgendwie da, wo ich geschrien hab. Aaaaaaah. Fand ich's irgendwie spannender, als wenn wir in Sicherheit waren. Ja, aber das Geile war ja grad das mit dem, und jetzt Intro. Aber ich hab ja dein, ich hab ja von dir auch noch was weggeschnitten. Weil du sagst danach noch so, ja jetzt Intro haaa. Ja. Das hab ich auch weggeschnitten, weil ich das auch nicht so gut bekommen. Weil das kommt nur cool, wenn's einer sagt. So, ich hab jetzt, wo bist du? Ja, ich bin nach rechts gegangen. Ich hab ja noch die Kugel gekillt. Ich hab sie in den Arsch gefickt. Ah, da bist du okay. Ich sollte echt aufhören, so zu reden. Weil ich mein, die junge Zuschauer... Seit wann redest du eigentlich so? Alex, das ist ja traurig. Ich hab keine Ahnung, wann das mit mir los ist. Ja, was ist denn los? Was stehst du denn hier rum? Komm, so auf dem offenen Feld. Wo wir hier schön getötet werden können. Nice. Jetzt wird's Nacht. Das ist wieder unser Terrain, wenn's nachts ist, Alex. Übrigens, ähm, ich hab in dieser Schreifolge am Anfang, wo wir vor den Dingern weggelaufen sind, wo ich ja diese... Da ist ein Hund? Das ist ein Hund von uns? Das ist meiner! Ne, das ist nicht deiner, der läuft alleine. Oh, das ist ein Skelett. Leute, das Skelett rein. Nein, das ist mein Hund! Der greift ihn an! Nice, Digga, nice! Weil der Hund, der Hund hat ein Halsband. Ja, das ist meiner! Tatsächlich! Ja, nice! Oh, er ist wieder da! Okay, gut. Bitte schön. Oh, die! Ich hab dich so vermisst, Brutus! Ich muss mal hier schnell umpacken, zack. Brutus heißt er bei dir, oder was? Mhm. Also, ich wollt grad irgendwas sagen. Ja, aber dann komm wenigstens Hermip zu mir. Ja, was denn? Ach, da bist du. Ich bin doch da, Digga! Ach, da. Oh, den lassen wir oben lang gehen. Oh nein! Oh nein! Ja, du wolltest irgendwas sagen. Oh, Enderman! Zwei Enderman! Perle! Ja, zu den Folgen, ja. Äh... Kümmer du dich mal um die Spinn, ich kümmer mich um den Ender, um die Ender Bitch. Ender Perle, nice! Ich kümmer mich um den anderen. Äh, da ist ein Creeper links von dir, pass auf! Okay, alles gut. Hat der was gedroppt? Nee. Achtung, Creeper, Creeper, Creeper. Jo. Creeper da vorne. Oh, Creeper hier! Creeper überall! Oh! Lass einfach rüber rennen! Lass zum Tempel! Ja, ich bin, ich bin hinter dir. Wollten wir nicht hier einen Tee holen? Was ich sagen wollte, da wo ich die FPS-Lags hatte, ne? Mhm. Oh, zwei Creeper drauf vor uns! Das war ja auch die Uhr. Ähm, und auf jeden Fall, bei dir, das echt, da hab ich mich echt in das Ding reingelegt. Ich muss schnell was essen. Mhm. Na ne, das hab ich dir ja auch schon gesagt gehabt. Ja. Das sah ja nicht schön aus. Hier ist unser Tempel. Ähm, weil du letztens mal meintest irgendwas mit TNT. Ja, das hat auch einer bei dir geschrieben. Ja, ich weiß aber nicht wie man das abbaut, deswegen würde ich das eher lieber lassen. Das war aber nicht unser Tempel, ne? Doch, wieso? Nein. Die sehen alle gleich aus. Ja, aber wir haben uns hier runter gebaut. Genau hier. Achso. Achso. Und da oben habe ich das abgebaut, um dir das zu zeigen. Aber ich will jetzt nicht da runter gehen, um es zu verrecken. Ich kann mich gar nicht hier an diesen Aufgang erinnern. Naja, ich schau. Achso. Gehört sich's hier los, Alter. Voll viele Creeper, Digga. Ja, ich hab vier Gunpowder nochmal. Da ist ein Dorf. Nein, Spaß. Da waren wir doch schon drin. Ich weiß. Oh, und dort ist ein Zombie. Eke, scheiß auf die. Mein Hund ist schon wieder weg. Ja, der kommt wieder. Ja, Mann. Wenn wir ihn brauchen. Ja. Ja. Oh, ich hab kein Schmeihard mehr. Geh weg, geh weg, geh hinter dir. Gute Arbeit. Du bist getötet. Aber mein Schwert ist auch bald down. Ja, hast du noch eins? Äh, nee. Hinter dir! Oh doch, ich hab eins, ich hab eins, ich hab eins. Ich hab ne Eisenschaufel. Und er droppt die nicht, der Arsch. Hier. Ich hab doch eins. Achso. Lustig nicht. Weil du mich schwer gefragt hattest, ob ich noch eins hab. So. Wir müssen weiter in Richtung Westen. Ja, du bist jetzt hier. Nein! Er ist gestorben. And I will always love you. Das musst du jetzt so bearbeiten. Das musst du jetzt so bearbeiten. Dann muss ich mir ja Mühe beim Schneiden geben. Ja, muss schon, ich kann's auch machen. Aber es ist Steinhund deswegen, ne? Okay, ich kümmere mich um das Skillet. Nice. Nice. Bogen hat er auch gebrockt. Okay, langsam kommen wir der Sache näher. Und jetzt gleich so boom. Na und, wir haben auch welche. Da ist der Spawn, Bruder. So. Wir sind jetzt relativ weit mittig. Wir haben jetzt so ein paar Optionen. Ja. Die da wären. Entweder wir gehen in die Richtung Westen oder in Richtung Norden. Ja, keine Ahnung. Wir könnten auch in Richtung Süden gehen, weil das... Da ist aber keiner. Da ist keiner hingelaufen. Doch, das müsste die Richtung von Domse sein. Also die Kiste steht zumindest in die Richtung. Also ich bin der Meinung, Domse wäre Richtung Norden gelaufen. Gen Norden. Wo bist du? Da müssten eigentlich Ding gelaufen sein. Maxler und Tom in die Richtung. Hinter dir! Oh gut. Schön, zwei Gunpowder. Komm mit. Dann... Du entscheidest. Du kennst dich anscheinend besser aus. Ich kenn mich nicht aus, ich weiß es ja nicht. Dann lass aber trotzdem gegen Westen laufen, weil da haben wir doch irgendwie... Da wurde doch angesagt, dass da was ist. Ja, keine Ahnung. Komm mal, folge mir einfach. Kommst du? Ja, ich komm. Ich hab nur den Zombie noch erledigt. Der hat mir zu stark gebrunst, das konnte ich nicht zulassen. Oh, drei Creeper. Schaffen wir die? Nein. Achso, ja, warte. Hab ich dich geschlagen? Nee, mich hat das... Du hast mich nicht geschlagen. Lass mal deine Skeletten außen rum laufen, ey. Okay. Das ist ein Esel. Hier ist unsere Crafting Table. Das ist nicht unsere. Das ist die, die wir letztens noch gefunden hatten. Kannst du mich mal kurz defenden? Ja, machst du gut. Ich bin am Stüssel. Mach, mach. Ich defende dich. Kommt der. Ich rasiere euch einmal noch rein. Ich wollte eigentlich... Ach genau, ich wollte einen Ofen machen. Damit wir noch mehr Fleisch machen können im Notfall. Okay, gut. Auf geht's. Ich behalte dieses ganze Rottenflash lieber mal, ey. Weil nachher... Alles gut. Hier sind keine Fuckern drin, gut. Wo bist du? Ich bin hier... Hinter dir. Ohne Witz, Alter. Du wirst an mir vorbeigelaufen und zack, war er weg, ey. Ohne Witz, Alter. Da, 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 da. Geh runter. Sneak, 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 sneak. Guck geradeaus durch. Geradeaus durch beim Berg. Jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt bin ich runter. Ja, komm mit. Wir gehen am Fluss lang hier. Geh mal rüber. Wir schwimmen durchs Wasser. Dann gehen wir in die Berge. In die Berge, okay. Die sehen uns nicht. Komm mit. Komm mit hoch. Aber das sieht man doch gar nichts auf der Minimap. Warte doch mal ab. Komm doch einfach mit. Ja, ich komme. Ich komme. Ich gucke. Ich lauf hier ein bisschen auf. Jetzt geht's los. Die sehen nicht enchanted aus. Wo bist du? Guck mal hier geradeaus durch. Ich kann den Namen nicht lesen, weil das Basis davor ist. Weil wenn du da geradeaus durchzoomst mit Optifine, dann kannst du sehen, dass da eine Basis ist. Ich seh da... Bei dem Berg oder was? Ja, direkt vor dem Berg. Hä, ich seh da nichts. Ich seh da einen Creeper. Ja, komm mit. Warte, komm, ich bin links vom Berg. Links vom Berg, hier. Okay, gut. Gestützt. Oh Gott. Ja, da sind noch Zombies. Wo ist denn statt dieser Berg? Ja, komm doch einfach mit. Folge mir einfach. Komm her. Wo bist du hin? Links von dir. Hier, links. Ich spring hier. Ja, ich seh dich. Du bist auf dem Baum, ne? Nein. Ich bin nicht auf dem Baum. Hier, ich bin links von dir hier. Komm. Ich komme. Ich gucke. Du bist gerade mehr anstrengend als hilfreich, Alex. Ich weiß. Aber so bin ich halt. Wir gehen jetzt hier runter. Jetzt muss man echt... Jetzt müssen wir echt... Jetzt müssen wir aufpassen, Digger. Aber vielleicht siehst du es bei Tuck besser. Da ist ein Enderman da vorne, aber das ist nicht so schlimm. Ja, egal. Scheiße, ich muss mal auf den. Alter, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Bruder. Diesmal dürfen wir nicht verkacken, Alter. Jetzt guck doch mal geradeaus durch. Da siehst du doch jetzt. Hier, ich führe mich um den. So. Guck geradeaus durch. Hier zwischen den beiden Bäumen. Ach da. Siehst du sie? Ach, diesen Turm. Ja. Ach da, Schuhgeme... Ja, das habe ich nicht gehabt. Ich dachte, du meinst hier rechts, diesen Berg. Nein. Scheiße, Alter. Da unten... Das ist eine Hexe, Digger. Ja, die Hexe kann mich am Arsch lecken, Alter. Ich will wissen, wer das ist. Ich kann keine Narben sehen. Das sieht aber nach Domse aus. Der oben steht. Mhm. Ne, ne, ne. Das sind Mexle und der andere. Der eine ist verzaubert. Das haben die gehört. Die sneaken. Die haben uns gesehen. Also ich weiß nicht, die haben sich eben aus Spaß gegenseitig gehauen. Ich hab's gesehen, ja. Der eine ist enchanted, der andere gar nicht. Die sneaken nicht, Digger. Ja, okay. Aber der eine... Wieso ist denn der eine verzaubert und der andere nicht? Keine Ahnung. Vielleicht hat's nicht gereicht. Vom Level oder was weiß ich. Also wir haben jetzt zwei Optionen. Wird er gehen drauf? Also in beiden Sinnen? Wir können sie überraschen. Oder wir können sie aus der Distanz, was weiß ich, mit der Bazooka abschießen oder so. Hm. Ach du, der eine guckt rum. Versteck dich. Die achten gar nicht gerade auf die Umgebung bisher. Doch, doch, doch. Der eine steht oben. Der checkt gerade alle Seiten. Der Verzauberte läuft gerade rum. Jetzt nicht mehr. Ja, ja, ich seh's. Ich seh's. Aber wir bauen eher, glaub ich. Mhm. Gut. Was machen wir jetzt, Bruder? Komm, jetzt haben wir einmal die Chance, Überraschungsmoment zu genießen. Ja, okay, gut. Äh, du hast ne Enderperle, ne? Ich hab ne Enderperle, ja. Soll ich sie mir... Warte, ich muss sie mir kurz ins Inventar packen. Warte, ich muss mir kurz den Goldapfel ins Inventar packen. Ach, Schwein? Ja. Ach so. Stimmt, wir haben einen Apfel gehabt. Ich wusste gar nicht, dass du einen gemacht hast. Jetzt klopft mein Herz aber, du. Übel, Alter. Bei mir zittern auch grad voll die Finger. Du bist hinter mir, ne? Ja, ja. Ja, komm her, komm her nach vorne. Ja, warte, ich will kurz ins Inventar. Äh, ich seh sie nicht mehr. Dazu muss ich mich ja insneaken. Äh, du, wir haben ein Problem. Was? Die sind nicht mehr in der Basis. Doch, 100 pro. Nein, die stehen da nicht mehr, die sind nicht mehr drin. Ja, aber oben nicht. Vielleicht sind sie in der Basis. Lass uns auf den Berg, lass uns auf den Berg gehen. Von oben können wir mit der Enderperle ganz gut angreifen. Ja, vergiss nicht, das zieht zweieinhalb Herzen ab, ne? Egal, ich hab nen Goldapfel. Boah, ist du? Ja, klar iss ich. Boah, scharf, Alter. Jetzt erschreckt alles, was auf einmal so auftaucht. Okay, gehen wir Berg? Ja, wir gehen Bergladen. Habe mal Nachtbäume. Ich glaub, die farben sich einfach mehr Steine gerade. Kann schon sein, ja. Denkst du, von oben ist ne gute Idee? Ich weiß es nicht. Ja, aber von unten ist halt scheiße. Wo bist du? Du bist... Boah, hier was ab, dass ich hochkomme. Das ist aber hier ungefähr die Position, wo er meinte, dass wir einen übersehen haben. Alter, die sind scheiß scharf. Ich denke mal hier steppt einer. Aber das kannst du doch eigentlich nicht sehen. Weißt du wie ich mein? Die sind nicht mehr in der Basis. Weder oben noch unten. Die sind komplett weg. Ja, toll. Wir können nicht angreifen, ohne dass wir nicht wissen, wo sie sind, Dicker. Ja klar. Das ist ja schon logisch. Okay. Die haben direkt neben dem Haus Kohle. Ich muss mal kurz einsneaken. Meine Hand, Alter. Junge. Ich bin sonst wetten gerade. Glaub ich gar nicht. Check mal um uns rum, Alter, wo die sind. Oder sind die... Haben sie gesagt, jetzt gut, die Basis ist fertig, wir bewegen uns jetzt und suchen die. Kann auch sein, ja. Kommen die so zu unserer Basis. Ey, das ist ne Basis, Alter. Loot. Also wir haben... Wer war das? Hm? Scheiß scharf, Alter. Gras gefilzt. Ja, das ist richtig ätzend. Missgeburt, Alter. Wir können's riskieren und einfach reingehen und sie suchen. Entweder sie sind im Haus oder sie sind nicht in der Basis. Ich weiß aber nicht, ob das so intelligent ist. Ja, entweder sie sind weg oder sie kommen wieder. Aber wir können jetzt hier nicht ne ganze Folge lang warten und hoffen, dass sie nicht wiederkommen. Ja, hoffen, dass sie wiederkommen. Die sind weg. Die Basis ist jetzt fertig. Hm. Also wir looten sie. Ja, dann lass noch runtergehen, komm. Okay, sollen wir nicht gleich die Waffen ziehen? Ich hab meine MP44 in der Hand. Warte, ich zieh meine auch noch schnell an. Die sie an. Die Waffe anziehen, ne. Meine Klöten fladdern so, ey. Wieso? Wollen wir runter ins Wasser springen? Ne, hätte ich nicht mehr. Ich weiß, wo sie sind, glaub ich. Wo? Komm, komm ins Wasser, komm ins Wasser. Ja, warte, schaff ich das? Ja, ja, einfach runter springen. Einfach Leertaste gedrückt lassen. Ohne zu sneaken? Ja, ja. Oder mit? Mit sneaken oder? Spring einfach runter jetzt. Leertaste gedrückt lassen. Schön. Hinter dir ist ne Höhle. Unter dem Wasser. Fuck. Ich komm ja nicht raus. Die sind in der Höhle. Sicher? Das wette ich mit dir. Ja, lass reingehen. Ja, ne, hier ist nicht mal ausgeleuchtet, Digga, oder? Doch, da unten sind Fackeln. Die sind da unten, definitiv. Da ist auch das Höllenportal. Vielleicht sind sie wieder in die Hölle. Oh, hier ist ein Skelett. Nein! Wo bist du? Ein bisschen weiter runter gefallen. Aber mir geht's noch gut. Mir geht's noch gut. Die sneaken da unten. Die wissen, dass wir hier sind. Sneaken die da? Siehst du schon sehr. Nein, aber ich bin mir ganz sicher, dass sie hier irgendwo sind. Keine Ahnung, Digga. Nachher sind sie oben, Alter. Wir haben richtig verkackt. Ich rate eigentlich nur darauf, dass du irgendwas Schlaues sagst. Was soll ich denn sagen? Kommst du? Alter, du übertreibst es doch immer gleich, ne? Hä? Du bist doch da auch runtergesprungen, hast du überlegt. Ja, aber ich habe keinen Sound gemacht. Ja, was soll ich? Was machen, was machen? Ja, wo bist du jetzt hin? Ich glaube, looten wäre schlauer gewesen. Ich bin hier links von dir. Hier. Drüben auf der anderen Seite. Ich bin doch davor, Mann. Boah, ich dachte, Gott. Was ist denn jetzt los? Wo bist du? Hier. Lass hochgehen. Folgenende. Wir müssen jetzt hierbleiben, Digga. Ja, Digga. Gut, also. Freunde, wir disconnecten jetzt gleich schnell. Warte mal kurz. Warte kurz. Was denn? Gucken, ob sie irgendwo sneaken. Fast bevor sie ausloggen oder so, müssen wir sie sehen. Ich sehe keine Namen. Ja gut, schaut bei den anderen vorbei. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss. Gorblich. Gut. Bis zum nächsten Mal. Hab krank. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.